Hackelberg Trail, Roar, let's go! Oh mein Gott, ich seh wirklich nichts! Oh! Oh! Damn it! Oh! 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 Das ist ein Messer mit weniger Halbdruck. Ich schaue die Zeit. Die Kieren gedreht noch nicht, was hat er denn? Alles gut? Ich bin so sorry. So, wir fahren. Da war zu. Let's go. Ich will planen, wo der Sprung hin geht. Das ist ein Messer. Das ist ein Messer. Ich will aufrollen. Ich lasse es nochmal aus. Langsam kickt er da einfach ab. Ich bin sehr aktiv abgesprungen. Den lassen wir auch mal weg. Das ist ein Messer. 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 Bremspunk verkauft. Und... Woosh. Wooh. 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 Vielen Dank. Part 2 Hier wird es jetzt los, egal? 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 Hier wird es jetzt los. Oh, das ist mein Geh-Mail, da geht's. Oh, das ist ein Geh-Mail, da geht's. Oh, das ist ein Geh-Mail, da geht's. Okay. 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 Okay.